wie spät haben wir denn jetzt nein weil jetzt noch eine zweite show anfängt hier bitte viertel nach zehn um halb elf müssen raus spätestens weil dann wird hier umgebaut denn das bka hat mehrere shows an einem tag weißt du dann geht ihr raus die wird dann desinfiziert und kommt die nächste show was haben wir heute abend heute nacht für show aber jetzt geht immer also man muss 18 sein für die beiden jungs tut mir leid ihr müsst auf jeden fall gehen also hier wird es noch sehr 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 erotisch und glitzern ich weiß dass viele von euch gesundheit viele von euch natürlich denkt mein gott der fliegt ja alles zu jetzt der talent den körper kann sehen für mich ist das nicht einfach ich habe mir die auch erarbeitet verstehe und wenn ich euch das jetzt erzählen würde ihr würdet am ende würde da sitzen und euch ritzen so schlimm ist das deswegen habe ich mir überlegt ich habe ein lied komponiert extra für euch damit ich das einfach so mit dem löffelchen immer so ein bisschen immer so ein bisschen damit ihr das alles auch vertrag ich möchte mich mit diesem song verabschieden die vom stream sind schon weg oder und ja meine freunde ist das nicht schön wir hatten einen wunderschönen abend ihr habt ihr habt während der warum sagt ihr mir währenddessen habt ihr die möglichkeit macht den banner schnell drauf ein virus ticket zu kaufen hier wir würden uns freuen wenn ihr auch mal lieber nicht oder das sind ja leute das sind ja spannend also wenn man will man die hier habe ich weiß gar nicht ob ich jetzt werbung machen soll dass ihr kommen sollt bleibt da wo ihr seid kommt ein dicke ich weiß ein feste tat fiese typen sie ist ja nicht hier sie ist ja jeden also wirklich sehr sehr wenn ihr ansehbar seid wenn man euch im publikum denkt könnt ihr gerne kommen an sondern bleibt da wo ihr seid und 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 guckt einfach so ne stringt euch durch die gegend so einen kleinen song zum abschied haben wir was fröhliches vorbereitet etwas zu mitschunkeln und tanzen ja genau wie ist denn dann das ende dann vom streaming was ach so ich dachte auto jetzt kommt wagen durch ach so also ich spiele jetzt dann verfolge mich und dann schaltet ihr also zieht ihr den stecker raus oder was ich hoffe aber das ist richtig also nicht dass das irgendwie so 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 fingiertes publikum ist aus der maschine das ist alles echt oder weil ich habe ja nicht angefasst das ist echt mit ja sein können ok los geht's das ist übrigens eine zugabe für alle die die schon ein habe ich die spucke gesehen das war noch bestimmt zweieinhalb meter ich habe einfach noch drauf für alle die jetzt eingeschaltet haben schade nur noch ein song dann ist zu ende oder kann man sich das noch mal angucken von vorne können die sich das auch noch mal angucken wenn die zu hause sind ach so wusstet ihr das das heißt sie können das noch mal gucken wie lange bleibt hat im netz das muss ich sagen lasst euch überraschen ich habe eine tante aus mailand die kenne ich überhaupt nicht mein onkel aus ampulien der hat mein gesicht die gene sind in mir drin die füße vom vater von mutter das kind ich laufe krumm und buckelig das hat man mir verengt auch dass ich wieder worte gebe ich weiß das ist verkehrt aber was soll ich machen die gene sind in mir programmiert ich komme aus einem fremden land und bin originale da wo ich herkomme wächst keine hohen regale wir sind alle klein geraten bei uns ist es wie im kindergarten ja 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 ich weiß ich werde kein model da mache ich mir nix vor mein genick schmerz beim hochschauen ich singe im kinderchor überall wo ich stehe ich werde ständig übersehen über tausendmal habe ich es gehört über tausendmal du bist zu kurz und zu klein lass das lieber sein du bist zu kurz und zu klein für ein schnell dich ein du bist zu kurz für die sachen die anderen spaß machen du bist zu kurz die anderen lachen du gehörst zu den sprachen du bist zu der der unten steht der der kämpft ist hoch ich arbeite doppelt so hart ich war die mit quatsch mein rot der der unten steht der sieht das große ganze ich hab zwar kurze beine aber dafür ein anderer lampe ich bin zwar kurz aber mein herz ist riesengroß ich bin zwar kurz aber mein mundschwert läuft dadellos ich bin zu kurzer schluss dankeschön bleibt gesund geht nach hause und wascht euch die hände das war's im bk 8 ich spaß euch weiterhin schön dass ihr da wart ein dankeschön an Sven, Julia, Uwe, den ganzen Trug, mir selber, alle die mitgemacht haben Münchenblattbach, Passeburg, Reinhardt ist an euch auch die Stripper, wir haben die Vertrockneten, wir haben sie auch die Stripper, die sind ganz schön und die Stripper, die sind ganz schön ganz gesund feierabend Untertitelung des ZDF für funk, 2017